So, weiter geht's. Ah, ich komm mich am Arsch länger. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Sieh euch, holt sie euch. Kämpft, ihr flieht nicht, ihr kämpft jetzt. Na toll. Das war der Rest der Siebten. Wir müssen hier weg, bevor sie uns auslöschen. Ich weiß. Wir haben unsere Pflicht erfüllt. Wir können gehen. Ich kann niemanden zurücklassen. Die Siebente ist fast durch. Alle Mann, schlaft sie zurück. Es ist so weit. Ich höre nichts. Der Stützpunkt liegt unter Beschuss. Ach, ich brauch die scheiß Medaille nicht. Die Medaille nicht. So, Rückzug. Aber ganz schnell jetzt. Du auch, natürlich. So. Oh. Ah, toll. Na, das war jetzt schon zurück. Das nenne ich ein Arsch. Wir machen so schnell, wie wir können. Wie soll uns denn dieses witzige Schild Schutz bieten? Wir warten darauf, gegen den Fall vorgehen zu dürfen. Kontakt! Lange halten wir nicht mehr durch! Kettenfahrzeug endlich. Mein Gott, wir wurden getroffen! Sie haben bis zuletzt für ihr Vaterland gekämpft. Oh, verdammte Scheiße. Oh, verdammte Scheiße. Sie treffen uns! Schadensbericht! Wo wurden wir getroffen? Wer vor ihr Panzer? Ihr Reichletzer! Feuer, Feuer! So, und jetzt volle Kanne! Wir werden beschossen! Ah 150, muss ich nur noch kurz warten Na dann mal, gute Nacht! Ich bin jetzt mit Schosser! Versteiget euch in der Hand. Dass auf einmal so viele Panzer hier sind und mich jetzt nervt, dass der Panner hier nicht schneller fährt. Weil ich glaube, ich muss alle Einheiten erstmal dahinten haben, bevor das Spiel endet. So ein scheiß fetter Tiger. Fetter Tiger. Und so sieht er von innen aus. Cool. Und ein Stein liegt auf dem Boden. Stein. 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 Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. So. Und wenn der dann wieder fahren kann, dann ziehe ich mich ganz und gänzlich von hier zurück. Das ist schon so lahmarschig. Woaaaaah. Woaaaaah. Jogd Panther. Aber naja, den will ich jetzt mal lieber nicht selektieren. Jetzt habe ich gleich noch mehr Soldaten, die ich dann sicher zurückbringen muss. Das ist wieso schon so lahmarschig hier. Bumm, bumm, immer rauf mit der Scheiße. Mann, mach doch mal Hände. Das sind ja selbst die alle schneller. Aber der ist selbst tot. Und tschüss. Oder? Der dritt sich um, um nochmal zu schießen. Nein, er hat es überlebt. Wow. Jetzt nicht sofort schneller diesen Kack-Panzer daheilen. Feuerantritt wird eingeleitet. Das ganze Gebiet wird in Flammen gehüllt sein. Geht doch. Was ist noch mehr? Heilt ihn. Schneller. Nein! Oh, jetzt habe ich ihn offensichtlich mit ausgewählt. Na egal, ziehe ich direkt hierhin zurück. Boah, das Dottel ist ewig, ey. Na, klasse. Dann könnt ihr euch gleich alle da hinzuziehen. Nein, er kann fahren. Yeah. Geht doch. Dann bleibt ihr aufstehen. Okay, dann mache ich hier einen Break. Und dann geht's weiter, Leute. Ja, da. Das war's. Und dann geht's weiter.